jo leute was geht herzlich willkommen zu diesem neuen video auf warte gaming und das ist hier auch schon der vierte minecraft part und ich bin hier gerade auf kohle gestoßen also ich kann es gleich zeigen ich muss mich wieder hoch bauen ich habe mich bloß hier nach unten gegraben hier beim zaun und schon habe ich kohle gefunden was passiert wenn ich das abbaue nichts schlimmes nur müsste ich meine türfläche irgendwie ändern und zwar so ich hab so passt es dann auch so leute kommt es her hier das ist echt schwierig mit dem ach die können ja weiter warte ich brauche hier kurz die zwei ab kommen zu mir vielleicht muss ich die erstmal raus lassen und das gibt es doch nicht und dann wieder rein vier hunde habe ich schon was ist der wahnsinn so kommt rein ja da muss ich mich vielleicht noch weiter rein bauen wer weiß also ich werde das hier auf jeden fall als noch irgendwann renovieren wenn die zeit kommt aber jetzt gerade nicht muss das mal eisen finden und das hatte ich ja letzte folge schon vor habe auch gefunden zwei stück ist jetzt aber nicht viel also jetzt komm rein ich muss das noch raus ne ich gehe einfach nur hier nach unten und dann gehe ich jetzt wieder hier rein ich glaube ich sollte das vielleicht einfach mal raus tun ich brauche mich halt einfach noch mal ein bisschen weiter rein vielleicht bringt es dann was vielleicht kommen die damen wer weiß machen wir doch gleich das lach hier zu so eine fackel kommt mal her und ja das ist natürlich ein bisschen nervig hier ja genau und jetzt bleibt ihr alle schön sitzen ja so gerade noch den pixel erwischt ich bräuchte dann mal ein paar wooden planks oder ne das ist ein normaler zaun ne das ist ein zauntor ja ok das passt auch ich drücke immer ähm capstock anstatt shift das nervt ein bisschen so raus damit rein damit raus damit rein damit und und ja gestern so jetzt müsste ich das alles hier rein tun hier alles was mit steinen zu tun hat stein 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 so und jetzt kann ich hier auch gleich so passt doch das hat eine andere farbe ja super habe ich jetzt nicht drauf geachtet aber naja ähm dann würde ich doch jetzt auch noch mal bisschen eisenbraten was sollten das holz da bitteschön hier wir haben kohle durchsagen wir nochmal alles andere rein was ich nicht brauche doch holz brauche ich so stimmt ich wollte hier noch ganz schnell was machen und zwar eine karottenfarm eine ganz kleine ähm dafür brauche ich ein paar sticks ich mache mir einfach eine wooden hoe ich brauche die eben nur einmal oder so das ansteigen kommt da rein und dann mache ich das jetzt keine ahnung irgendwie hier unten am wasser ich meine ich habe ja irre und ich sollte auch essen ja geht doch naja ich habe das ein bisschen zu hoch gebaut aber nicht so ja so passt so und jetzt brauche ich einfach mal einen kleinen gang übers wasser wo eigentlich ist ja kein gang ist einfach nur so ein kleines beet und ich sehe ich labere zu viel unsinn hier in dieser folge also ja ich hab's noch nicht ganz so drauf mit minecraft aufnehmen und ich glaube auch dass ja dass die soundqualität mal wieder richtig nicht beste ist da kann ich jetzt aber momentan auch nichts machen ich meine ich muss vielleicht so fünf monate warten denn ihr wisst ja ich bin ja in kanada und bis ich mein pc kriege und auch diesen ganzen equipment das dauert ja ein bisschen bis ich wieder nach deutschland komme ähm hä wieso habe ich denn immer wieder luftblasen wort ok luftblasen sind verpackt aber seht ihr das da ist einfach mal ein dungeon äh nicht dungeon äh also unter wassertempel und das sind doch leute die mich angreifen wollen ok du nerd du stirbst erstmal äh hallo habt ihr das gesehen ich habe trotz ähm obwohl ich auf dem land war habe ich schaden bekommen ja was was zum teufel hatte der in der hand ja gut ich schwimme erstmal zurück na nautilius shell als ob es sowas jetzt minecraft gibt das erinnert mich an den äh an den einen dinosaurier mod von der 1.2.5 ja das ist saulange her wo ich minecraft gespielt habe und auch noch mit mods und oh das ist ja übelst cool dass sie das jetzt auch ins spiel implementiert haben was kann man damit denn jetzt bauen also ich habe da jetzt irgendwie so eine so ein rezept gesehen das ist uns doch mal gleich nachschauen alter wie geil ist das denn mhm platzieren kann man sie nicht okay ähm und essen auch nicht okay okay dann lass mich doch mal hier wieder ins haus rein äh sind das meine hunde? ich hab die doch achso ne ähm warte hm wo ist denn der eingang sag nicht ich habe mich hier auch verlaufen auf diese kleinen insel ähm ne doch der eingang sollte ja hier sein und ich sollte die schaufel nicht droppen 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 man ähm hier da irgendwo ist mein zuhause natürlich kriege ich feilschaden wieso nicht so äh jetzt mal kurz gucken was können wir jetzt craften da 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 war es ach ein conduit davon habe ich gehört das ist sowas wie äh im bieten für unterwasser aber dass man jetzt sowas dafür braucht ist ja cool kann man noch irgendwas damit bauen bis jetzt noch nicht ja ok aber auf jeden fall ist ja cool auf jeden ja also ich sag auf jeden fall zu oft auf jeden fall also beschweren kann ich mich da also weniger ich sollte jetzt auch mal anfangen eisen zu farmen und ich sollte auch ähm ja ja hier ist kein wasser schauen wie ups passt ich sollte auf jeden fall äh schauen dass ich auch irgendwie mal äh mir halt genug essen habe eisen finde und nicht die folgen zu lang mit schwachsinn bequatsche ja also ich muss das irgendwie echt noch lernen minecraft zu streamen vor allem äh zu let's play ne aber ich glaube das wird jetzt eine lange Zeit LP wenn ich dann auch den neuen laptop habe äh ich meine das wird so locker über 100 folgen gehen aber dabei habe ich Clans noch nicht mehr über 100 folgen und ich mache es äh schon lange naja mal schauen aber ich mache ja jetzt täglich Uploads oh was ich noch zu den täglichen Uploads sagen wollte es kann sein dass ich wenn ich wieder zurück bin es die dann nicht mehr geben wird also es kann sein muss nicht aber es kann sein die Chance besteht darin weil ich werde auf jeden fall mein internet ähm wechseln weil sonst wie zu hause ist es dann einfach sauschlecht und deswegen ähm weiß ich nicht ob es gut wird oder nicht also ich hoffe schon weil ich meine ich wechsle es auch und bezahle auch mehr dafür aber ich weiß halt nicht ob es dann so gut ist dass ich dann halt sauschnell hochladen kann aber ich werde mich dann schon bemühen dass ich es irgendwie an dem Tag wo ich es aufnehme auch dann irgendwie hochladen das kann ich hier aber hier grad ganz guten Kanada machen weil die Schwule hat so schnelles internet EISEN super da kann ich einfach 3 GB in 2 Minuten hochladen das ist einfach so schnell vor allem Upload nicht Download das ist ja übrigens geil so jetzt hätten wir 10 Eisen insgesamt wenn wir noch die 2 Eisenblöcke von oben äh Eisenerzblöcke von oben mit dazu zählen und ich höre und ich höre Zombies oh spooky äh spooky so wir sind auf Höhe 26 auch nicht mehr lange ja ähm oh ich ich glaub ihr hört das nicht im Video weil ich hab den Sound von Minecraft glaube ich ein bisschen zu leise gestellt aber ich habe grad ein Höhlen Geräusch gehört das heißt irgendwo hier ist eine Höhle ähm und ich werde so irgendwie richtig hoch kommen ok also Mission Eisen finden hat ja mal halbwegs geklappt wenn man 8 und dann die 2 von der zuvorigen Folge als Eisen bezeichnen kann als Success was war das? ähm hier so ah ja da kommt der ganze Stein Krams hin oh was ich auch noch machen will äh ich werde bald noch so eine Crossbar machen die wäre dann hier rechts oder links ich weiß nicht mehr und dann sieht man immer wie oft ich gestorben bin äh B ähm was ich aber jetzt machen will ist F3 und B no das ist Headbox F3 und H yes das war's F3 und H ups ne damit kann man dann sehen zum Beispiel wie lange die noch hält die Durability das ist halt die Haltbarkeit 63 von 131 das heißt ich kann es noch 64 mal benutzen denn äh die Zahl 0 ist halt auch irgendwie noch als Haltbarkeit dabei ja so ist es halt auch bei den äh Computern beim Programmieren ja das ist eigentlich ziemlich praktisch du kannst es eigentlich bei jedem Werkzeug äh sehen wie viel du es noch hast und dann auch wenn du irgendwie äh etwas verzauberst oder so so ähm dass wir das essen das äh ja ich musste das wirklich irgendwann mal alles äh ähm ja was soll ich sagen ich hab's einfach vergessen jammer achso ich sollte das alles mal sortieren oh ich darf schon ey wie sieht's mit meinem Helm aus oh der ist eigentlich noch ganz gut dort äh haltbar ja natürlich sieht mich das äh äh der das zombie von der zombie von dort drüben wieso nicht hier ich bin lecker ich hab menschenfleisch oder steve minecraftfleisch oder wie doch wie auch immer ihr das nennen wollt hier stirbt an meiner splashattacke von hinten irgendjemand no ok sicher nein nein wow da wäre ich fast gestorben mhm ok ich glaube ich ende dann auch bald diese Folge und vielleicht mache ich auch bald nur noch kürzere Folgen so 10-12 Minuten aber dafür dann auch ähm so daily upload ja nicht daily halt so alle zwei bis drei oder vier Tage und nicht so jeden Samstag so äh jeden Freitag oder Samstag oder halt irgendwann ganz random weil bis jetzt sind bei mir die ganzen Clash Royale und Clash of Clans und Minecraft Folgen alle eigentlich ganz random außer das Vlog und Tournament Passwort die sie kommen ja immer montags und sonntags los was ich kann es nicht one shotten halt so was war das denn so hier noch ein weiteres Skelett nein 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 du kriegst mich nicht ins Wasser so und ich würde jetzt mich auch nicht irgendwie nachts habt ihr das gehört diese Stille wie viel Schaden macht bitteschön dieser Speer das ist unnormal what the fuck so und eigentlich sollte das doch bei einem Knochen schon funktionieren ja super ähm na dann keine Ahnung auf jeden Fall boah was war das denn Junge der macht immer massiv Schaden der hat mich mit fast gewonnen schottet na gut ich habe jetzt zwar auch keine Rüstung an aber trotzdem und ich soll doch mal irgendwann die Bäume fällen ja ähm so na gut ich glaube dann gehe ich jetzt auch wieder rein ja gut dass er sich teleportiert hier der Hund komm doch jetzt Mann da bist du ja so jetzt gehe ich rein ja komm rein Junge manchmal denke ich mir auch nur so was mit den Hunden los ist hier komm rein willst du mich verarschen komm doch rein Alter was für ein Spast und jetzt hat er noch mein Essen gegessen ja moin so lass ich ja jetzt beginnt das eisene Zeitalter Junge das wird die nächste Folge das wird der Titel der nächste Folge sowas von na gut ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn ja lass gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal Ciao Outro